Tja, meine Lieben, nun ist es also doch passiert. Zwar kann man das jetzige und heutige Urteil des Bundesverfassungsgerichts der Ampel jetzt nicht auch noch in die Schuhe schieben, aber es reiht sich halt ein in eine lange, lange Reihe von Pleiten, Pech und Pann. Und damit herzlich willkommen in meiner kleinen News-Küche. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt und entschuldigt bitte, dass es heute ein wenig später geworden ist. Aber ich hatte eigentlich schon ein Video fertig. Ja, aber YouTube hat dann gesagt, nachdem ich es hochgeladen habe, na, das ist vielleicht nicht so gut und eigentlich möchten wir das nicht so gerne. Ja, und jetzt liege ich gerade momentan ein bisschen im Clinch mit YouTube und habe eine Überprüfung beantragt. Und mit ein bisschen Glück kommt das Video halt mit ein, zwei Tagen Verspätung. Aber kommen wir einmal zum Urteil. Ja, das Bundesverfassungsgericht hat geurteilt, dass die Bundestagswahl 2021 in Berlin in 455 Wahlbezirken wiederholt werden muss. Ziemliche Klatsche, würde ich da mal sagen. Denn, ja, wie ich es am Anfang des Videos bereits sagte, es reiht sich halt ein in diese letzten zwei Jahre der wirklichen Pleiten Pech und Pann. Denn auch die Vizepräsidentin des Bundesverfassungsgerichtes äußerte in ihrer Urteilsbegründung, dass allein schon in der Phase der Vorbereitung zur Bundestagswahl 2021 in Berlin so viele Fehler passiert sind, ja, dass letztendlich anscheinend wohl dieses Urteil unumgänglich war. Es hat ihnen schlicht und untergreifend nicht gereicht vorher. Die Tatsache ist ja nun mal, dass es einfach ist. Es haben Wahlzettel gefehlt. Wahllokale haben bis nach 18 Uhr offen gehabt, sind teilweise geschlossen worden. Die Schlangen waren viel zu lang und das Ganze war so ein heileses Durcheinander, dass CDU und AfD gesagt haben, das reicht uns nicht. Wir wollen in noch mehr Bezirken Wahlwiederholung. Also sind jetzt 31 Bezirke mehr. Und eine Umsetzung dieses Urteils muss innerhalb von 60 Tagen erfolgen. Aber was bedeutet das nun genau? Nun ja, für die meisten Parteien im Deutschen Bundestag wird sich nichts großartig ändern. Für die Linken und die AfD könnte dieses Urteil allerdings schon weitreichende Folgen haben. Aber kommen wir zunächst einmal zu der Partei Die Linke. Und die Abonnenten unter euch hier auf diesem Kanal, die wissen es mit Sicherheit schon und zwar schon längst. Ja, die Fraktion Die Linke hatte sich ja nach dem Austritt von Sarah Wagenknecht und neun weiteren Mitstreitern auflösen müssen. Das heißt, sie sind jetzt grundsätzlich erstmal nur noch eine Gruppe. Die Partei an sich existiert immer noch, aber sie haben ihren Fraktionsstatus verloren. Und die Linke, die ist ja auch nur in den Deutschen Bundestag gekommen 2021, weil sie drei Direktmandate erworben hat. Beziehungsweise gewonnen hat, nicht erworben. Nicht, dass es jetzt heißt, sie hätten die auch noch gekauft. Sie haben sie gewonnen. Und zwar einmal in Leipzig, das lassen wir mal außen vor, aber auch zwei in Berlin. Und diese zwei Wahlbezirke in Berlin haben einmal Gregor Gysi und Gesine Lötsch gewonnen. Und zwar das Direktmandat. Damit hatten sie ihre drei Direktmandate. Damit war die 5%-Klausel egal. Und sie zogen als Fraktion in den Deutschen Bundestag ein. Das könnte sich jetzt allerdings ändern. Denn falls die Gruppe, sie ist ja keine Fraktion mehr, falls die Gruppe, die Linke, nun entweder das Direktmandat von Gregor Gysi oder das von Gesine Lötsch verlieren sollte, dann würden sie nicht mehr im Bundestag vertreten sein. So einfach ist das. Sie würden komplett aus dem Bundestag rausfliegen. Und zwar nicht nur die übrig gebliebenen Parteisoldaten der Linken, die jetzt noch bei der Linken sind, sondern auch Sarah Wagenknecht und ihre ganze Kompagnon. Sie wären von heute auf morgen ihr Bundestagsmandat los. Und das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes könnte auch für die AfD Auswirkungen haben. Denn die AfD hatte 2021 im September zur Bundestagswahl so um und bei 10%. Auch in Berlin. Nun liegt die AfD mittlerweile bei 15 bis 16% gemäß den neuesten Umfragen. Und die neuesten Umfragen für Berlin, die sind jetzt nun auch schon fast drei Monate alt. Ja, dementsprechend könnte sich da halt auch einiges in Richtung AfD schieben. Aber was noch viel spannender jetzt in Bezug auf die AfD ist, sie könnte diese vorgezogene Wahl, Wahlwiederholung oder wie man das nun auch immer nennen mag, als Stimmungsbarometer gegen die Ampel nutzen. Denn auch die Berliner sind mit ihrer Regierung momentan sehr unzufrieden. Das hat man ja auch bei der Wahlwiederholung zum Abgeordnetenhaus in Berlin gesehen. Gut, da ging es jetzt um ganz Berlin beim Abgeordnetenhaus und der Wahlwiederholung. Aber am Ende kam halt eine schwarz-rote Koalition dabei heraus, die ins Rathaus eingezogen ist. Ja, und da die Wahl bis zum 11. Februar 2024 wiederholt werden muss, gehe ich prinzipiell davon aus, dass sich innerhalb dieser zwei Monate die Zustimmung zur Ampel nicht unbedingt verbessern wird, sondern ganz im Gegenteil. Ich gehe davon aus, dass die Zustimmungswerte der Ampel noch gravierender ausfallen werden. Da stellt sich dann aber auch die Frage, warum wurde diese Wahl nicht einfach mit der Wahl zum Abgeordnetenhaus wiederholt? Ich meine, da gab es genauso viele Unstimmigkeiten, dass man sich darauf geeinigt hat, die gesamte Wahl zu wiederholen. Gut, jetzt handelt es sich hier nur in Anführungsstrichen um 455 Wahlbezirke. Da sagte der Bundesverfassungsrichter Müller, das liegt einfach an dem zweistufigen Prüfungsverfahren. Erst muss der Bundestag prüfen und darüber beraten und zur Verteidigung der Ampel, auch die Ampel hat gesagt, ja, da müssen wir in 327 Wahlbezirken, ja, 327 Wahlbezirken die Wahl wiederholen. Das wiederum war allerdings der AfD und der Union zu wenig. Dementsprechend haben sie vor dem Bundesverfassungsgericht geklagt und auch teilweise Recht gehabt oder Recht bekommen, besser gesagt. Ja, und so kommen diese 455 Wahlbezirke, in denen nun die Wahl, der mit der Erst- und der Zweitstimme wiederholt werden muss, zustande. Und das Fazit, meine Lieben, ist, erst mal tut es mir leid, dass ihr auf das andere Video noch warten müsst. Aber das Fazit zu diesem Video ist, ja, wie ich es in anderen Videos schon bereits gesagt habe, 2024 wird ein unglaublich spannendes Jahr, vor allen Dingen, was die Wahlen anbelangt. Und den Anfang macht jetzt Berlin. Damit hatte ich persönlich eigentlich so nicht gerechnet. Aber, tja, man wird ja letztendlich doch immer wieder irgendwie überrascht. Und damit danke ich euch für eure Aufmerksamkeit. Falls euch dieses Video gefallen haben, solltet ihr erkennt, gerne ein Like, gerne ein Abo, gerne das Aktivieren der Glocke und vor allen Dingen gerne euren Kommentar. Und wie ich es schon in anderen Videos immer wieder gesagt habe, je mehr ihr kommentiert, egal ob mit einem Smiley hoch oder einen Daumen runter oder ach, was es da alles gibt, ja, umso besser schneidet dieses Video bei unserem YouTube-Algorithmus-Gott ab. Und auch er sieht dann, oh, das ist ja eine hohe Beteiligung. Ich schlage das mal einigen weiteren Leuten vor. Und für diese Unterstützung bin ich euch wirklich sehr dankbar. Ansonsten, es bleibt dabei, ich wünsche euch wie immer einen wirklich angenehmen Tag, beste Gesundheit und ich hoffe, dass wir uns dann das nächste Mal auf diesem Kanal hier wiedersehen, gegebenenfalls auch auf meinem Zweitkanal. Folgt mir doch bitte einfach auf Twitter und Telegram. Ja, und dann schauen wir mal, wann YouTube mein Video von heute Morgen freigibt.